Moin! Und damit herzlich willkommen! Immer weiter nach Norden! Dort ist der Ausgangstunnel! Pssst! Woher? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von... äh... Modern Warfare! Alles klar, wir gucken mal um vorauskommen. Der Ausgangstunnel ist im Norden! Weiter! Ich bin tot an dem Arm! Das war mal wieder nix! Geil! Das war mal wieder nix! Geil! Das war mal wieder nix! Geil! Das ist sie alle! Vorsicht! Äh... Die ist doof! Nehmen wir die mit! Immer weiter nach Norden! Dort ist der Ausgangstunnel! Mach ich doch, Alter! Äh... Okay... Wir müssen halt gucken, dass der... Beknackte Helikopter uns nicht findet. Ziele! Da oben! Ziele ist im Norden! Weiter! Jaja... Ich weiß... Geht durch die Gebäude! Los! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann... Wo, 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 wo... Okay, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen... Ich sehe den Tunnel! Achtung! Alter! Verschlossen! Nein, ich brauche was, um sie zu öffnen! Nimm den hier! Nimm den hier! Alter! Sammel dich! Mir ging's nie besser, Sir! Ihr greift mit mir das Labor an, ja? Vergiss es! Du bist erledigt! Captain! Für dich gibt's kein Zurück, Kadir, das weißt du! Aber ihr tut das Richtige, ja? Boss... Wir bringen das zu Ende, oder? Wir brauchen Hilfe! Hoffen wir darauf! Geh! Captain, bitte, geben Sie Farah die Pläne, das schulde ich ihr! Du schuldest es der ganzen Welt! Was kümmert mich die Welt? Ich tat es für meine Schwester! Baseplater 06, verbündetes Flugzeug 40 vom Süden auf 180, Hofnahme Roger 1! Roger! Das ist Laswell! Was macht sie hier? Ich höre ich ihr Blut! Laborinfos, behalte die! Ja, Sir! Was zur Hölle soll das? Ein Schlussstrich! Wir liefern ihn aus! An wen? Russland! Ein Austausch! Kein Austausch! Was ist los, Boss? Moment! Machen Sie keine Schwierigkeiten, Captain! Dann geben Sie mir keinen Grund! Das ist ein Stellvertreterkrieg! Wir sind alle nur Spielfiguren! Sie sprechen für sich! Hände gehen aus! Ja, Sir! Achtung! Bei dir für Sie, Infos sind meine! Was immer Sie vorhaben, ich kann helfen! Ich werde mich bei Ihnen melden! Ich halte die Augen offen! Pfarrer! Reden wir! Ich weiß, wie das läuft, Captain! Diesmal nicht! Sie gaben Hadir an die Russen! Die töten ihn! Wenn er Glück hat! Wieder retten sie die freie Welt, Captain Price! Hadir fand Barkovs Labor in Ostgeorgien! Die Gasfabrik! Er wollte sie zerstören! Hadir ist völlig irre! Wir sind alle etwas irre, oder? Habe ich recht, Alex? Auf jeden Fall, Sir! Wenn du hilfst, vollenden wir, was er begann! Sie sind ein guter Freund! Und bestimmt ein schlimmerer Feind! Aber ich falle nirgendwo ein! Ich verteidige mein Volk hier, in der Heimat! Manchmal ist die beste Verteidigung! Alles da! Pläne! Personal! Verstehe! Eine Miliz ohne Verbindung zum Western könnte das machen! Und schuld wären die Terroristen, oder? Es war gut, ihnen zu trauen! Ist Barkov dort? Ist er mein? Das ist eine Geheimoperation, um Barkovs Labor zu zerstören! Nikolai ist bereits drin! Er gibt euch die Sprengsätze! Zwei Teams infiltrieren! Garrick und ich platzieren Sprengsätze an der Pipeline! Farah und Alex besorgt einen Zünder von Nikolai und präpariert die Heizkässe! Ist der Sprengstoff platziert, bringt euch in Sicherheit und zündet ihn! Leswoods Luftunterstützung räumt frei! Der Rest liegt bei uns! Truppen ohne Schuss auf der Seite der Brücke! Feuer frei! Wir machen hier noch vor! Warte mal! Warte mal! Ding doch! Jemand zu Hause? Wir nach! Yalla Yalla! Perimeter offen, Kate! Wir rücken vor! Ich übergebe die Anschlusskontrolle 3-1! Alles da! Lufteinheiten gehören euch! Durch Hedding! Durch Hedding! Durch Hedding! Ihr habt die Kontrolle 3-1! Schieb clever! Watch her, Esther! So, machen wir! Wir rücken wir hin! Oh, yeah! Direkt vor! Auf und! Wir rücken, wir rücken, wir rücken! Wir rücken, wir rücken, wir rücken! Wir rücken, wir rücken, wir rücken! Hüten auf den Platz! Ah! Freisicher Helikopter! Abschieb! In Ego! Wer liegt zerstört! Hoi! Du, 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 du! Das war so schön, Spannhaus! Du, Kreufer! Ja, Mann! Oh! Das war so schön, Spannhaus! Oh! 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 Der Schmutzwurl! Der Schmutzwurl! Der schießt den doch auf den! Oh! Feuer frei! Feuer frei! Oh! Oh! Kein Effekt beim Fliegen! Schade! Bleib bei den Transportfassern! Hol, 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 hol! Hebt den Hügel an! Gut gefeuert! Kein Treffer! Ziel anpassen! Erneut angreifen! Okay! Fuck! Paketa! Los! Ich bin auch schon unter der X. Ich habe noch ein Ziel, durchsetzen! Warte! Oh klar! Der TWS ist bestürt! Und das ist schon Luftverstörung, rein dann! Wir sind in Ruhe, aufs Herz! Oh wirchecken! Oh, oh, oh! – UFC! – tramite Fabrik! Scheiße. Herzlich willkommen! Wenn wir weiter Attacken aussehen. flex craving. Unsere MPW-Festor! Lütteln! Lütteln, wir verströsten. Lütteln, wir fassern voran! Gefort! Aus weiter! Indieko! Lütteln, wir ziehen! Kamerad. Kommen wir los! Kein Lichtkontakt! Auf jeden Fall. Und noch mal eine Granade raus. Was? Warum denn auf mich? Was? Auf jeden Fall! Heut! Zwischen dir, mein Mann! Ich bin hier! Ok, ist mir zu blöd. Tschüss! Mann am Boden! Wie schießt die? Ich brauche Deko! Ich brauche auch so einiges! Ach komm, hör auf! Los, los! Ich bin vorsichtig! Schöne ich hier! Wir kommen seit dem Abfall. Exhaust den Abfall, bis das ganze Moment geht. Ja dann czas ich hier! Auf dem Abfall! Ich sehe sie nicht! Oh, Gott! Ich bin aus dem Abfall! Ich bin aus dem Abfall! Los, 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 los! Mach nur frei? Oh, oh, oh! Pass mal auf! Okay. Wow! Aha, komm mal vor! Tschüss! Dir fehlt ein Arm. Ratsch! Los! Los, weiter geht's! Ja, ja, unterwegs. Alter! Oh, Alter! Wo kam der Typ denn auf einmal her? So, weiter geht's. Ab hoch. Was für eine Betonbarriere! Ich auch nicht. Warte, wir holen die uns jetzt. Was für eine Mauer? Ja, ja, ich bin noch nicht drauf. Was für eine Mauer? Und dann sehen wir noch nicht auf den Dach. Schießt mir auf den. Schießt mir auf den Dach. Wie ist das? Wer schießt denn hier auf mich? Lass land! Feier! Uh! Uh! Feind! Feind! Oh! Keil! Hopla! Keiner! Super leid, Keil! Feind! 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 Alter! so ein dreck sack hier ist euer startpunkt ihr müsst zu nikolai und die ladungen holen die arbeit die sind schwer bewaffnet für ein labor wir können diese waffen gegen sie einsetzen aus schwärmen Auswärmen! Es ist nur... Es ist auch mal da... Ach... Ach... Innailung! Innailung! Aktivität! Möker! Fäureschutz! Möker! 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 Ich bin hier nicht bei dir! Der ist nicht schlimm. Ich gehe hoch! Der ist der Stock! Der ist der Stock! Wo? 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 Ach verdammt! Na gut! Ach der Boden! Einer von uns! Kein Ziel! Ich kann sie entdehren! Schnell verraten! Geh hoch! Erster Stock! Da rein! Nach oben! Geh hoch! 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 Wo haben wir denn die Schöne? Ach! Geh hoch! Geh hoch! Ach! Geh hoch! Geh hoch! Geh hoch! Was war denn hier? Oh, oh, oh! Sterb doch! Ok, wir sollten doch eine andere Wumme mitnehmen Die hier Nehmen wir doch die mit Auf jeden Fall ist die was Jetzt hat er es nicht mehr zu treffen Ist alles hier? Äh, ne, hier bin ich vor Doch! Was ist das denn? Ach, was ist das denn? Der Van, das ist der Errester, parat! Mittel ein Schnell, hoch die Sprengsätze Der Zünder startet die Kettenreaktion Die Kessel sprengt, der Rest folgt Korrekt, nicht verlieren Wozu helfen? Barkov bringt Schande über Russland Er muss verschwinden Jetzt spricht die auch noch nicht Jetzt spricht die auch noch nicht Das ist klar, ich wusste mich nicht mehr Jo Das war's einmal Alles klar Aber wie es weiter geht, sehen wir in der nächsten Folge Und dann werden wir definitiv Sehen wie es weiter geht Und bis dato, haut rein, auf Wiedersehen und ciao